Mein Name ist Franz Schausberger. Ich bin Vertreter des Bundeslandes Salzburg im Ausschuss der Regionen. Seit Jahren interessiert mich die Verbindung der Europäischen Union mit den Ländern des Westbalkans, weil ich sehr daran interessiert bin, dass diese Länder rasch näher an die Europäische Union kommen. Österreich hat immer schon eine Brückenfunktion zwischen Europa und den Ländern des Westbalkans gehabt. Das geht zurück auf die historische Entwicklung und auf die historischen Gemeinsamkeiten und gerade das Bundesland Salzburg hat sehr viele Verbindungen mit den Ländern des Westbalkans, vor allem im Zusammenhang mit der Wirtschaft und dem Tourismus.